Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, hallo liebe Prüfungskandidaten für die DSH-Prüfung an den deutschen Universitäten. Wir sind im DSH-Vorbereitungskurs, wir üben grammatische Transformationen zum Thema Stress und seine Folgen, Seite 5. Näheres können Sie nachlesen oder sich anhören im DSH-Vorbereitungsbuch vom Fabuda Verlag. Die Quelle ist unten angegeben, da können Sie sich also näher informieren. Für Ihre Prüfung wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Tschüss, formulieren Sie bitte nach unseren Vorgaben die Sätze um.